Charles Vögele presents Fashion Deals. Fashion Deal Nummer 2. Aus der Schwarz-Weiss-Kollektion Blusen und Hemli. Diese Woche 50% Rabatt auf ausgewählte Blusen und Hemli in Schwarz-Weiss. Jetzt 19.95 Franken statt 39.95 Franken. Schauen Sie jetzt bei Charles Vögele vorbei. Weitere Fashion Deals schon demnächst. Nachdem das S-Bahn-Projekt im Lechtenstein auf der Kippe steht, gehen die Meinungen in der Bevölkerung auseinander. Wie diese Woche bekannt worden ist, hat Österreich seine Zusage zurückgezogen, die Hälfte der Investitionen zu tragen. Ich denke schon, dass es eine Verbindung braucht, wo die ganze Achse durch das Rheital praktisch ist. und nach bei den Leuten abholen. Ich fände es grundsätzlich nicht schlecht, aber der Preis ist zu hoch. Ich finde eigentlich hier nicht, weil durch die normalen ÖFIs, also Bus und Anbindung von der Schweiz oder bis ins ÖBB von Österreich, ist es eigentlich gut erschlossen und es sind Investitionskosten, die meiner Meinung nach nicht für das stehen, was es mir bringt. Nicht, heute wo man überall am Sperren ist, braucht man es nicht ohne. Es ist alles zu viel. Jeden Freitag findet zwar das neue Genussmarkt statt. An ca. 30 Ständen werden Käse, Fleisch, Gemüse und vieles mehr aus der Region abgeboten. Ich bin der Meinung, dass wenn man alle Wochen einen solchen Markt hat und das ein Treffpunkt wird, wenn wir das schaffen, dass das so weit kommt, dann ist es sehr wichtig für unsere Fussgängerzone. Wir können hier sehr schöne Frequenzen generieren und da fällt sicher vor allem etwas ab, auch für Detailhändler, wenn die Kunden noch einmal da sind oder auch für Gastronomen, wenn sie sich wohlfühlen. In Dorenbirn ist am Donnerstag die Frühlingsausstellung Schau eröffnet worden. Schwerpunkte sind die Themen Garten, Wohnen, Mobilität, Genuss und Freizeit. Für diesen Sonntag gibt es außerhalb bei den Ausstellern auf Show- und Kochbühnen vieles zu sehen. Die Schau findet ja in der Form zum zweiten Mal statt. Früher war die Schauer die Frühjahrsmesse. Den Namen kennen die Leute vielleicht noch eher, aber es heisst jetzt eben zum zweiten Mal Schau. Vielmehr die Frühjahrsthemen. Letztes Jahr hatten wir 62.000 Besucher am Gelände. Das ist eine Zahl, die wir auch dieses Jahr wieder anstreben. In etwa sind es sehr viele Faktoren, die da mitspielen natürlich, aber so, dort wollen wir in etwa wieder hinkommen. Diese Woche 50% Rabatt auf ausgewählte Blusen und Hemmeln in schwarz-weiss. Jetzt 19.95 Fr. statt 39.95. Schauen Sie jetzt bei Charles Vögel vorbei. Weitere Fashion Deals schon demnächst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017